Opel stellt seinen überarbeiteten Corsa vor. Der neue fällt vor allem dank seines farbenfrohen Designs auf. Außerdem gibt es einen neuen sparsamen Dieselmotor für den Corsa. Der Diesel, der das Label Ecoflex trägt, bringt es auf 95 PS und hat serienmäßig Start-Stop-Technologie an Bord. Damit soll die dreitürige Version auf 100 Kilometer nur 3,5 Liter Diesel verbrauchen. Das entspricht einem CO2-Wert von nur 94 Gramm pro gefahrenem Kilometer.